Hey Leute, hier habe ich euch mal die Nukor mitgebracht. Die Nukor ist ein Mikrowellenstrahler und ganz im Ernst, die Waffe ist gar nicht mal verkehrt. Sie ist nicht die stärkste Waffe, aber sie hat ein paar sehr, sehr, sehr interessante Spielweisen. Ich habe jetzt hier nur die normale Spielweise für euch, aber ich zeige euch noch, wie man sie noch spielen könnte. Denn wenn wir uns die Waffen an sich anschauen, von den Stats her haben wir einen vierfachen Grid-Multiplikator, eine einprozentige Grid-Chance, 20 Status die Sekunde und 32 Strahlungsschaden. Die Sache ist, diese Waffe hat als erstes mal eine 5er Riven-Disposition. Und wenn wir hier diese Waffe auf Grid-Schaden modden, haben wir einen 8,4-fachen Multiplikator. Überlegt jetzt mal, wenn wir noch einen Riven drin hätten, der auch nochmal Grid-Schaden geben würde. Klar, da haben wir immer noch eine 1% Grid-Chance. Dann haben wir aber Frames wie Harrow, die uns Grid-Chance dazugeben. Wir haben den Smeter-Cavid, der uns Grid-Chance dazugibt. Und wir haben noch irgendeins von diesen Arcane-Teilen für unsere Ausrüstung, das uns auch nochmal Grid-Chance gibt. Das bedeutet, rein theoretisch ist es möglich, diese Waffe auf Grid zu spielen. Es ist möglich. Ich sage nicht, dass man es machen sollte, weil das ist eine sehr, sehr, sehr spezielle Spielweise. Aber wenn man die Arcanas und alles hat, ist die Nukor auf jeden Fall eine supergeile Grid-Waffe. Muss man ganz ehrlich sagen. Allein schon wegen diesem vierfachen Multiplikator. 8,4 und dann später, ich denke, man kommt auf 12- bis 16-fachen Grid-Multiplikator, je nachdem. Also das ist schon verdammt Hardcore. Was habe ich drin? Laufstreuung, Hörnissenstich, tödlicher Schwall, Ruck, Pathogenprojektile, Zuckung, Pistolenpestilenz für schön viel Korrosionsschaden und Status-Chance und Augur-Pakt für noch mehr Schaden. Man könnte jetzt hier zum Beispiel ganz easy ein Hybrid-Bilden draus machen. Dafür müsste man einfach nur Augur-Pakt rausnehmen oder hier Ruck rausnehmen. Und schon könnte man dann so ein Grid-Hybrid-Bilden draus machen. Ja, ansonsten, die Elementartypen so austauschen, wie ihr es gerne hättet. Wir können teilweise Explosionsstrahlung und Korrosion drin haben. Also das sind wirklich die genialsten Kombis möglich, aber ich mag halt eben meine Strahlungs-Korrosions-Kombination. Oder gegen Gegner ohne Rüstung halt eben strahlungsviral. Was man auch sagen muss, wenn wir einen Gegner damit treffen, verformt sich der Gegner. Wenn wir ihn länger bearbeiten, das sieht man manchmal ganz schön. Dann wird der Kopf zum Beispiel hier gerade gigantisch groß. Jetzt sieht man es natürlich nicht, wenn ich runtergefallen bin. Und das bewirkt sogar, dass wirklich die Hitbox von den Gegnern größer wird. Alles, was wir treffen, schwillt an. Hm. Vielleicht hätte ich das Ding nicht Mikrowellenstrahler nennen sollen. Er würde in einer anderen Bezeichnung jetzt besser gefallen. Hier sieht man es schön, wie der Kopf anschwillt. Viel größer als normal. Der Damage, den wir drücken, naja, der ist wirklich bescheiden. Also Level 150 ist absolut zu viel mit dieser Spielweise. Mit der Crit-Variante könnte das noch hinhauen, aber so, sagen wir mal Level 80, sollte unsere Schmerzgrenze sein mit dieser Waffe. Okay. Boogre! Boogre! gut, mehr kann ich euch hier gar nicht zu zeigen oder zu sagen von daher, ich hoffe ich konnte euch helfen falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis bald